Hallo, hallo Lieben, hier bin ich nochmal aus dem Paradies Ibiza und wollte mit euch heute mal was ganz Spezielles besprechen, was mir heute so durch den Kopf geht. Und zwar, wie komme ich zu einem Paradiesleben, wie komme ich dazu, das zu leben in meinem Leben, was mich auch ausmacht und was meine Passion ist, was mein Weg ist oder was mich selbst auch ausmacht in diesem Leben. Und da wollte ich mal mit euch darüber sprechen heute und ich glaube, einer der sehr gut funktionierenden, zumindest aus meiner Erfahrung gut funktionierenden Werkzeuge dazu ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles, was ist, Dankbarkeit für Dinge, die man vielleicht ab und zu mal vergisst, dass sie da sind. Und ja, sich einfach nochmal ganz bewusst machen, was man alles hat und dass vieles auch gar nicht selbstverständlich ist. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, einfach mal hier eine Liste zu machen mit mindestens zehn Dingen, worüber du heute ganz speziell dankbar bist in deinem Leben, was du in deinem Leben für dich gut gemacht hast. Dazu gehört natürlich auch dein Dach über den Kopf, was zum Essen jeden Tag und ja, Freunde, Bekannte, vielleicht eine Arbeit, vielleicht ein Auto, was auch immer du hast, worüber du dankbar bist. Schreibe es auf, wenn es mehr als zehn Dinge sind, umso besser. Wenn es weniger als zehn Dinge sind, würde ich mich schon noch ein bisschen anstehen, um zehn zu finden. Da gibt es bestimmt mehr als zehn und ja, mach das einfach mal und guck mal, wie viel eigentlich gut in deinem Leben schon läuft und spür diese Dankbarkeit in deinem Herzen. Schreib sie auf und du wirst sehen, das Universum ist sehr großzügig und wird dich mit noch mehr Dingen, worüber du dankbar sein kannst, beglücken und beschenken. Ich wünsche dir viel Spaß damit und alles Liebe bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Channel. Liebe dein Leben und liebe dein Leben. Ciao!